Die Zeit der Ritterlichkeit und Größe ist hier. Die Zeit von Blut und Krieg. Das wird hart. Das wird hart. Ja, und das... Nein. Nein, nein, nein. Ich sehe da Goblins, 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 Goblins. Es sind wirklich wenige Orks dabei. Also normale Orks, nur Goblins. Das ist nämlich eine Quest-Start. Oh, aber ein schöner... Mann, so eine Maps. Ja, komm, so eine Maps will ich doch mal dabei haben. Mit mal wirklich so ein bisschen Terrar, was man auch irgendwie mit involvieren kann und nicht immer irgendwie... Ach. Warum haben sie die nicht einfach mit reingenommen? Ich weiß nicht, ob das genau so mit mir gesprochen wird, wie immer. Diese grünen Haut haben sie! Schlauch' sie und find' sie für mich! Und wenn die Dwarven denken, dass wir die Kinder für ihre Kinder verbringen, dann lassen sie sie! Ich würde lieber die Alliaten der schlau'sten, als die Feindlerinnen. Sie halten Gründe und ich habe keine Zeit oder Anklination für eine andere Feindler. Wir sehen ihn irgendwo rein. Okay. Willst du ihn? Ja. Das sehe ich doch eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Weil ich habe hier wenige Helebwaden. Warum das denn? Was soll das? Die haben doch kaum riesig große Viecher. Zack. Ich geh mal nach oben mit der Kowalski. Willst du auch die Repetier schützen? Hm? Muss ich nicht mit den Repetier-Schützen von hier oben runter schießen können? Ja. Ich hoffe's. Wer greift jetzt eigentlich an? Oh, oder? Greift die Feindliche Armee an? Ach, verdammt. Okay. Ah. Ah. Aber vielleicht kommt er ja trotzdem dazu. Ja. Ich schieße einfach mit den Streitwagen rein. Dann muss er kommen. Ich geh mal mit meinen Truppen allesamt nach oben. Ich versuche die wirklich von den Hängen aus zu bekämpfen. Ganz ehrlich. Ich kann einfach mit dem Panzer und dem Streitwagen hinten stehen und warten bis er kommt. Ja. Würde ich auch machen. Wir machen erstmal. Also hau schon mal raus. Dann gucken wir ja wie sie sich bewegen. Na ja. Warte. Ich muss erstmal ein bisschen nach vorne. So. Na dann. Na der bewegt sich da, oder? Sieht die diebischen Grünen heute und schnappt euch das Gromrill. Ganz genau. Gromrill. Ja. Ich. Ja. Ja. Mach ich. Was ist das Gromrill? Schwer? Gute Frage. Ähm. Ich glaub ne Rüstung. Ich weiß auch ne Rüstung. Okay. Na. Ich kann aber auch verstehen. Ich kann mal die guten Goblins und Orks an. So ein paar Orks sind immerhin dabei. Ja. Die Ork Jungs müssten dabei sein. Diese Standard Orks. Die stehen sogar in der ersten Reihe. Die Ork Jungs. Naja. Hier und da hat er schon ein paar Orks. Oh. Kommt der? Kommt der? Ich glaub ja. Ich glaub der kommt wirklich. Der ist ja ein Vollidiot. Äh. Wo ist der General der? Oh der Zauf. Wuiiii. Hast du das gesehen? Ja. Der hat seine Eigenschaft. Leute getroffen oder? Ja. Das hat er. Stärker als meine will ich behaupten. Ja. Ich seh ja so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 12, 13 Leute hat er von ihm gekillt. Oh. Sehr geil. So jetzt muss ich aber trotzdem mal ein bisschen weg. Geh mal ein Stück weit zurück. Nur Mühe damit ich mit meinen Schützen in die Seite schießen kann. Ich soll zurück. Ne. Kann's auch bleiben. Ist egal. Also ich kann auch zurück. Ne ne. Lass ruhig. Oh. Er greift mich mit seiner Kavallerie an. Das wird jetzt richtig gefährlich werden. Es ist zweimal Kavallerie gegen 6 mal deine Kavallerie. Fünfmal. Aber trotzdem. Es strömen immer mehr. Oh. Oh. Kommst du mal dazu? Ja. Kommst du mal interessanter werden. Weil das ist ne Spinne. Ich komme doch noch mit meinen Schützen. Oh verdammt. Ich komme mit meinen Schützen zu dir. Soll ich versteck mich. Soll ich versteck mich. Ein bisschen zurück. Weiß ich noch nicht. Dann würde ich sehen. Ja. Nicht, dass er hier links an meiner Seite. Keine Ahnung. Ja. Ich habe die Kavallerie auf der linken Seite. Vergisst du es nicht. Na ja. Okay. Na ja. spinne da muss weg reichsetzen haben wir ein die spinne sie muss weg ja ich versuche jetzt erst mal die 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 schützen zu sagen das ist natürlich ein bisschen plan zu sagen dass das die da oben jetzt gekommen sind okay jetzt einmal einmal repetier schützen wirst du dich schon verlieren wenn du dir nicht stellst weil jetzt die bogenschütze anderen panzer die ansteuern natürlich eiskalt durch ich hab die kawalski ich komm jetzt wieder in die seite gefallen ich hab ja auch mit kawalerie zu tun bei mir an der front die spinne die hat einen schuss einfach weggesteckt oh jetzt ist er mein streitwagen mit der ist so anfällig ich komme ja schon dazu er ist hier mit allem möglichen hinter das hat er ziemlich eklig gemacht mit diesem seitenspawn zeug ist doch voll gemein hätten wir das wenigstens gewusst vorher nein der streitwagen der hält das doch nicht aus ich will den streitwagen nicht verlieren die schützen der streitwagen ist ja irgendwie wichtiger spinn auch jetzt mit einem mal kavalerie auch mit hinten dran ich versuche die zu kriegen ja mein streitwagen das sind doch in Ruhe ich bin ja schon dabei ich bin ja schon dabei ich kann ihn durch die Kessel und sie echt witzig ein so sollen ihn lassen ich bin was soll das noch eine spinne nein kleine spinne ich bin ja nicht achso aber halt auf mein streitwagen wieder jetzt kommt da noch 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 noch jetzt ist der Rest doch eigentlich schon so gut wie vorbei das sieht doch nichts mehr die fliegen doch schon alle ich konzentriere mich grad nur noch auf mein streitwagen da ist echt nicht mehr viel guck mal die hauen überall echt rein also ja keine Ahnung sind halt goblins ey und was sei denn hier hat es ein Radius-Trupp mal also da kann man schon davon ausgehen dass es eh naja auch ziemlich einseitig immer wird komm um die Spinne die muss doch jetzt mal drauf gehen ach du heiliger der Panzer schiebt sie immer weg ich lege grad fast mein Streitwagen bei Leute das ist ja der ist echt anfällig gegen Kavalerie wir müssen dir Streitwagen nein der Schild müssen rechts außerhalb von den Truppen ach ich seh das wird auch noch beschossen was soll das nein da kommt ja noch mehr Kavalerie ach du kacke kommen denn die Kavalerie schon wieder her ja die fliehen immer und kommen dann irgendwie wieder und nein nicht der Streitwagen sind ja schon unterwegs ist mir egal ob mein Kommandant angegriffen wird wer hat denn den Streitwagen wer hat denn den Streitwagen ich bin da so ist nicht ich versuch's jedenfalls ach komm jetzt war's das doch jetzt wollen sie irgendwie nicht mehr dann haben sie noch einmal beschützen aber die verfolge ich eigentlich auch gut die Spicker schützen der Orks komm die müssen jetzt mal langsam fallen ich kann die Repetier-Schützen da mal hinziehen ich kann die Repetier-Schützen da mal hinziehen vielleicht kriege ich sie da mit hin und die Kavalerie ziehe ich einfach mal zu dein zu deinem Wagen hin falls sie jetzt irgendwie nochmal kommen komm du da die dürfte auch ruhig hin ist ja da so eine kleine Garde im Endeffekt gegen die jetzt wollen wir mal schauen wie wir die Goblet-Streitwagen mit den Repetier-Schützen wegkommen ich lasse mal die Panzer drauf schieben das kannst du natürlich auch machen ich hoffe dass die Repetier-Schützen eigentlich schon etwas machen aber noch leben sie das drehen sich hier um der ist was jetzt nicht noch mehr Orks kommen müsste es gewesen sein ja also ich muss sagen mit normalen Truppen also nicht Radius-Truppen hätte das durchaus witzig werden können ja vor allem mit diesen fiesen Spawn allerdings dass wir das vorher aber nicht angezeigt gekriegt haben das ist schon fies aber egal wir haben es ich hoffe mal dass das jetzt ein ziemlich geiles Teil und Rüstungsstück bekommen ist was du hier bekommst ja das hoffe ich auch guck mal seine erste Armee hat nichts gemacht 94 Kills war ja fast nur die Spinne ja wahrscheinlich und dieses was auch immer wieviel Kavalerie das war das waren vier Armeen was das war keine vier Armee das war keine vier Armee das war keine vier Armee ja wo wurde das geschwollzene Metall bewegt Auge des Imperators Baldassag gelten von der Region Altdorf was warum ich kann ja noch nicht da oben runterziehen er würde jetzt auch erstmal nicht machen das kannst du später nochmal machen ich kann das aber nicht das würde ich auch alles erst auch schön noch ein paar Runden später verlegen ja ich meine es ist ja so eine legendäre Mission die hält er immer er hat ja kein Ablaufdatum was auch immer ja ja dann du kannst dich ja den Vampiren jetzt weiter widmen obwohl da bist du ja eigentlich auch in der Defensive ne da da kann ich nur verteidigen jetzt erstmal ja ganz genau ja würde ich auch mal echt sagen dann warte einfach bei Aberheim bis meine Truppen da sind und dann können wir wieder vorrücken oh man ey okay es bleibt es bleibt spannend ich meine wir sind sehr sehr groß und trotzdem ist hier alles nicht unbedingt immer gleich easy der hat das alles da unten konzentriert ne das ist gut das ist gut weil wir auch bald da unten konzentriert werden der kriegt ja konzentriert aufs Maul so siehts aus es scheint einen neuen Mitspieler zu geben guck mal bei dem bei dem Vasall der Vampire da ist jetzt irgendwas hellblaues entstanden die Zwerge die scheinen sich nach Norden hin auszubereiten die hab ich da vorher nicht gesehen oh die Zwerge sehr schön Kieslev was will denn Kieslev jetzt? nicht Angriffspakt ja auch gerne wahrscheinlich weil wir jetzt hart gegen die Vampire battlen kann ich mir gut vorstellen ja und weil der wahrscheinlich jetzt Stress mit den Taustieren kriegt ja das könnte auch sein ich mag dich doch auf einmal aber jetzt mag ich dich oh Kieslev geht auf die äh von Karstein da oben bei Karak Ungor also wir haben ja ich glaub die Vampire kriegen jetzt ein bisschen Stress ist gut das ist doch sehr gut und der hat jetzt nur noch zwei Armeen da stehen unten bei Schwarzhafen und Heinrich Kemmler ist dabei okay ist auch nicht schlecht und ich kann ihnen da zwei Armeen entgegenwerfen ich hab eventuell bessere Truppen aber kein Streitwagen das ist halt egal ohne Streitwagen will ich da nicht unbedingt rein das kann ich auch verstehen meine Truppen werden jetzt so teuer soo scheiße teuer aber ich könnte jetzt zum Mutland verschieben naja oder ich lass das lieber ich würd sagen bleib erstmal defensiv bis ich bis ich einfach da bin wie hab ich ich warte auch weil ich noch Zeit bis meine Armee da oben fertig rekrutiert hat ich hab noch ne weitere Armee ist jetzt die Frage meinst du ich soll noch ne weitere Armee zu dir mit nach unten schicken oder soll ich lieber also oder soll ich nach oben ich hätte dann hier drei du ja das hier drei also das würde hier unten reichen ich glaub du brauchst ja auch nicht noch ne Armee runterschicken gut dann zieh ich die nach oben ich kümmere dich um die Chaoskrieger da oben ja mach ich dann bin ich jetzt mal drei Armeen oben ich rekrutiere noch drei weitere ich hab bald noch eine Fettiche ich hab dich schon rekrutieren ja sehr schön gibts hier nochmal Geseeschnitte Feldtriebüchers Geseeschnitte ich bin tatsächlich nur noch im Krieg mit Chaoskriegern und den Vampiren ok aber das ist doch nicht schlecht achja und die Chaoskrieger haben ja jetzt auch solche wie die Orks diese Wachs da hm hm ja da kommt schon bisschen was zusammen wie viel Kohlen mach ich jetzt? 42.600 das wird tatsächlich nur mehr das ist gut denn ich geb sehr viel aus so meine Armeen sind auch alle soweit gesetzt dann kann ich auch schon wieder abspielen ich komm schon mal nochmal in die gute Erforschung rein ja da passiert auch jetzt erstmal nicht so viel alles gleiche jo Rebellion ja das stört mich nicht ah zum Dienst bereit alle sind sie wieder bereit sehr gut da wird hier erstmal General getauft du kannst du machen ich gere die Runde ich bin ich wollte sehr eh erst mal ein bisschen bis ich bin durch direkt auch noch mehr oder so noch drei Plätze vorher kann ich noch was rekrutieren der Fähler noch du machst ja auch so viel netto wie ich das heißt da kannst du durchaus noch ein bisschen mehr rekrutieren so ist er nicht was findest du so besser Pferde mit Lanzen oder Pferde mit Schwertern beides dachte ich mir auch gerade irgendwie warum frage ich das beides ist geil einfach eine Mischung in drei Runden ist dann die eine Armee komplett voll dann rekrutiere ich direkt mal neun Kommandanten ich habe hier nämlich noch einen schönen Level 8 General mein Erzlektor Erzlektor das geht auch das geht auch stimmt ich kann ja noch legendäre Demigreifen holen ja ja klingt nicht schlecht will ich sehen auf jeden Fall du spielst eh meine Kavalerie dir kommt das gut mh so sieht's aus so was kriegt denn der hier oben natürlich Sonnenritter äh Sonnenhepatenritter oder wie auch immer und Repetier-Schützern und und Kavalerie und natürlich ein Panzer und ein Streitwagen sieben Runden uiuiui sieben Runden ja wird Zeit dass du damit anfängst und die Armee hat mich jetzt 20.000 gekostet nur die eine Armee und ich habe noch 20.000 in der Tasche ok na gut dann ist ja in Ordnung ja ich gebe hier alles aus so hier oben kann ich die Mauer auf Stube Treibenden was ist denn das? Wolfenburg ja da ist mein Gold drinnen natürlich wo die Aufträge machen kann ich mein Gold verlieren ah da oben ziemlich weit im Norden ein schönes Gold ja da oben hast du ja irgendwie gar nichts ich mein wenn die da anfangen würden mal hinzugehen dann könnten sie ja fast durchmarschieren also eine Armee habe ich bei Becher außen ja Becher das ist ja alles das ist direkt daneben und da oben habe ich noch nicht wirklich Feinde außer die Chaoskriege ich mein da oben ist halt auch alles durch die Konfiguration erstmal geholt da kann ich noch nicht viel haben ja das ist ja auch okay ich mein bis jetzt scheinen sich hier auch im Süden ja eher zu konzentrieren insofern ist ja auch in Ordnung guck mal das Moodland schnappen sie sich ja auch irgendwie nicht so richtig obwohl wir da eigentlich ja gerade sind die sind da sogar weggezogen mit ein paar Armeen ja okay ich bin jetzt bei Elson ganz provokant hm ich sehs ich lock sie ran ja ich sehs schon ich hoffe einfach mal dass ich stärker bin mit der Armee ja müsste es so sein wenn er nicht noch mehr hat als das was wir da sehen müsste es klar gehen ich hab bis jetzt nur die zwei Armeen gesehen ich bin ja immer langsam vorgerückt ja vergisst du ja auch noch viele ja da noch viele Helden ja dann kann er hier und da mal ein bisschen irgendwie scheiße machen auf einmal hast du dann weniger Truppen dein General ist weg deine Leute haben gelitten und dann wirds irgendwie wieder eklig er war ja mach ruhig wo kann ich noch ordentlich rekrutieren vielleicht kann ich noch irgendwo in Amerik ausheben ich weiß gar nicht ich hab nicht so viele Provinzen mit Rekrutierungsgewahlen ich rekrutiere jetzt zwei Provinzen nebeneinander in der einen Provinz Pferde in der anderen Provinz Infanterie ich kann nicht da noch einen General holen also ich hab jetzt aber ein paar sind noch in der Rekrutierung ich plane jetzt mit neun Armeen insgesamt ach ne ich hab da oben ja keine Schmiede stimmt ach verdammt egal ich lass den General da stehen ich hab jetzt genau null Gold in der Schatz gemacht uh ich hab 302 ja dann gehts ab bei mir ist alles geplant na wenn dann wärs ja ok das ist glaube ich nicht ganz angekommen was du grad gesagt hast wie? ach so ne das klang so abgehackt irgendwie so als wenn als wenn Skype das rausgeschnitten hätte keine Ahnung ich hab dich weh gesagt na gut dann ist ok also drei Armeen nach unten drei Armeen nach oben und drei rekrutiere ich noch und sind halt auf Reserve das ist so der Schnitt momentan neun Armeen die müsste ich mir aber auch recht gut leisten können ah jetzt kommt er wieder jetzt kommt er beim Motland wieder ja ist egal ja jetzt hat er drei Vollarmeen wieder soll er ruhig machen beim Motland hält uns auch nicht auf Laura entdeckt Valmond richterlos ja ist mir egal so kann ich irgendwas schönes noch bauen ich muss ja tatsächlich noch ein bisschen was bauen ja erstmal die kleinen Gebäude hoch für ein bisschen mehr Geld oh Kiesle hat bei Karagungo entweder verloren oder ist nur ausgerobbt ja da steht so genau ein Held von mir was macht denn der da das soll sie auch nicht das ist Bild Bali was mach ich denn mit Bild Bali jetzt kann ich eigentlich gar nicht so richtig irgendwas Schickes tun dann wird es ein einfaches eigentlich war es nur dass der Manni wiederkommt ja ja Manni wird auch bald der der halt so lange dürfte er ja nicht mehr verwundet sein obwohl er ja noch nicht so hart war ja er hat den einfach nur Kacker eingesetzt als andere Helden besser eingesetzt als sie also generell oder wäre deswegen ich kann mir gut vorstellen dass es am Ende gar nicht so hart wird gegen den aber was ist das so genau so ich brauche noch mehr Truppen boah das ist schon wenn ich die Truppen rekrutiere die ich eigentlich für das Level noch nicht da habe das ist das ist schon echt böse das zähmert so brutal rein aber es geht halt nicht anders ich brauche die die sind nämlich super geil das ist okay das ist alles soweit in der Rekrutierung fertig was ist mit euch fertig fertig ihr rekrutiert da geht noch ein bisschen was ach jetzt hat sich auch schon gar nicht mehr so richtig leisten schauen wir mal nach oben kann eigentlich gar nicht so viel machen ok dann kümmern wir uns um den schönen Part nämlich um die 3 Armeen die bei dir unten sind ja allzu weit hast du ja nicht mehr nö ich muss jetzt nur noch schauen wie ich irgendwie zu dir rüber kommen weil ich habe jetzt den den längsten Weg gewählt weil ich hier aber auch längst halt noch nicht der der Korruption ausgesetzt bin jetzt kann ich gleich ja nicht mehr normal laufen weil ich habe ja keine Städte wie du in die ich mich flüchten kann ich kann immer nur noch jetzt in befestigte Stellung gehen damit ich nicht leide das werde ich dann ab nächstes Runde auch machen müssen jetzt 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 das ist mir egal das muss er ab wahrscheinlich bekämpfe ich den halt auch noch damit kann ich leben was ist denn da los meine die Einstellung zu den Zwergen erhöht sich von 150 auf 340 ok in der nächsten Runde aber warum ist gut wahrscheinlich weil wir jetzt gegen die Leute halt fighten mit denen er vielleicht auch im Krieg ist die haben Zuneigung zu mir warum das denn hab ich noch nie gesehen in Total War dass eine Fraktion Zuneigung zu mir hat sonst haben wir mal eine Abneigung ist halt echt so das ist traurig ich würde gern bei Wurtbad die Rebellen da töten dann müsste ich eine Armee aus Arvaheim wegziehen das wollte ich tatsächlich auch fragen aber ich würde es dir nicht empfehlen der hat so viele Truppen guck mal Wurtbad das ist was haben wir denn hier Rebellen der Vampirfüssen das heißt es sind neutrale Rebellen im Zweifelsfall wenn du das einnimm wird es also kaputt gemacht ich schau mal in Wurtbad rein da ist jetzt ein bisschen was hast du da aber komm ehrlich was ist jetzt schlimmer ich würde sagen zieh die lieber nicht auseinander oder du hast doch in Althorff hast du mittlerweile schon 16 von 20 Truppen sehe ich da den schicke ich da nicht weg der rekrutiert keinen Panzer na gut na gut na gut das kann ich doch nicht machen das ist mit der na ne das ist auch alles nichts na na gut ich könnte jetzt auch oben bei Essen angreifen ah ne der hat die Armee blockiert vielleicht nehme ich aber die Armee die bei Essen ist und zieh die hier rüber das kannst du es doch auch machen aber dann habe ich da oben halt nichts mehr ich meine die Orks werden die auch immer mehr ich sehe hier schon so einen zweiten Vollidioten der rumsteht ja das ja dann müssen wir mal so ein bisschen langsam anfangen aufzuräumen dass er nicht mit meinen drei Truppen wie jetzt bei Ava hin bin dann kannst du spätestens dann eine wegziehen dann müssten wir immer noch zusammen mit vier Armeen hier unten fighten das sollte wahrscheinlich immer noch reichen nicht wahr? ja das wird schon das wird schon das wird schon bis jetzt hat der Vampir sich auch nicht so schlau verhalten irgendwie jipp dass ich jetzt richtig Angst haben muss jipp genau da hatte ich sie hm Attentat gescheitert schade schade ich habe einige Helden ich habe keine Ahnung ich weiß nicht warum die da stehen wo sie stehen ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung das ist halt ja alles noch durch die Kompfordation das wahrscheinlich ne ne tatsächlich nicht ich habe keinen einzigen Helden durch die Kompfordation gekriegt ja die zwei Armeen die eine die fast tot war und die eine die komplett zusammengemodelt war und jetzt tot ist hm ok ja kann ich halt nicht machen hm bin vorne an was wollt ihr denn ja oh militärisches Bündnis hm hm und die geben mir noch 2.000 dafür hm da geht noch mehr da geht mehr ich guck mal ob ich vielleicht auch noch mit ihnen handeln kann ich meine ich handel das attraktivisch 4.000 oder rat ja versuch's ach 3.000 geben sie mir ach ja komm ich mag die Zwerge klar und Angru die sind cool ja die sind wirklich cool wir haben nach Süden hin da einfach einen wirklich schön Verbündeten die haben jetzt schon so viel gegen vom Karstein gemacht die kriegen das Militärbündnis na sieht er sie das werden immer mehr ja er klappt es muttern dann da kann man nichts gegen machen ne aber das sind scheiß Armeen davon kann er ruhig noch mehr bringen das ist mir vollkommen egal wenn er jetzt nur ausraubt ich glaub's doch nicht ja ja nimm's dir doch einfach soll's von Karstein nö ist schon wieder weg lass diese armen Gestatt und ruch und nimm sie dir ja kriegscherde das Chaos legendärer Kommandant nous on leant coeur industrieller hat er bekommen Ritterlichkeit plus 15 Einkommen aus Industrie lokale Provinz plus 5 ja ist nicht schlecht aber der ist ganz im Norden da ist nicht so viel mit Industrie das sind so meine ärmsten Siedlungen die da oben sind die oder zwerg da oben kriegt langsam stress okay nicht geil die befreiende immer zu mehr ist da da tja soll er machen also wenn ich richtig sehe müssten die Kriegsherde das war jetzt äh abgehakt da hab ich die ganze Stadt also da wo ich markiert hab da müsste jetzt eigentlich müsste es Chaos sein eigentlich jetzt wie in dieser Kriegsherde da wenn man so der Spur der Zerstörung folgt mhm das ist okay noch 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 ist das okay tatsächlich hier noch ein bisschen was Globale ja könnte ich hier wo greifen Reifer ja okay also ich bin jetzt unten da ne ja ich zieh sogar glaube ich erstmal komplett ran ja komm ich zieh komplett ran kann ich so noch in die gedeckte Stellung gehen dann würde ich sagen ich halte die Rebellen an also mit dem Imperator greift er in die Rebellen an ja das mach ich komm vorne befecht so ja das passt dann geh ich nämlich jetzt so nah ran wie möglich damit Avaim auf jeden Fall auch gesaved ist dann kannst du jetzt da im Endeffekt machen was du willst erstmal das ist ja schon mal ganz anständig dann schauen wir mal nach oben ich hab noch noch mehr Trüppchen ne eine Runde dauert es noch alles klar dann was mit dir ja ich zieh auch schon mal nach vorne ich kann noch ein bisschen Kleinigkeiten tatsächlich bauen das finde ich ganz angenehm denn ich brauche immer mehr Geld weil diese Truppen die ich jetzt baue diesen alle halt echt 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 teuer ich sehe gerade er hat 170 Gold geklaut aus der Stadt 170 boah das kann sich richtig gehen was das Motland anzugreifen da war eigentlich noch irgendwas ich glaub ich konnte irgendwo konnte ich noch was bauen ich hab das letzte Runde noch gesehen da hatte ich es nämlich vergessen aber jetzt habe ich es jetzt war das nicht hier ja ich glaube ich habe es gebaut ok ja das sieht gut aus da habe ich noch 4000 über dafür kriege ich noch vielleicht ein bis zwei Truppen das ist gut ja das wird inzwischen echt teuer ja das ist alles ziemlich toll kann ich gar nicht der braucht lange um die zu rekrutieren alles klar alles ok in einer Runde habe ich eine weitere Armee fertig je nachdem wie sich das entwickelt kann ich dir nach Süden oder nach Norden schicken in zwei Runden ist meine neue Armee auch fertig und in sechs Runden dann die andere auch nice ich könnte rein theoretisch ich habe jetzt gleich drei Armeen im Norden du hast auch noch eine das heißt die sind mit vier im Norden da bleiben wir jetzt ja erstmal defensiv das heißt ich könnte die nächsten beiden Armeen die ich fertig habe könnte ich rein theoretisch dann mit dir mitschicken dann könnten wir ja noch ein bisschen weiter nördlich so gegen Frontcarstein losschlagen oder sowas ich meine da Richtung Essen zum Beispiel ja also in der nächsten Runde habe ich eine Armee noch eine auf jeden Fall safe fertig die könnte ich ja so per Gewaltmarsch Richtung Bechhafen latschen lassen beziehungsweise Richtung Essen das kannst du machen na gut gucken wir mal ob er noch irgendeine Kleinigkeit mir leisten kann ja jetzt nochmal den Winzer mit Rolle plus sechs und noch mehr Wein zu verkaufen ist okay dann schauen wir mal in die Diplomatie klaren Angrund du magst mich sehr wie sieht's denn aus moderat militärischer Zugang hat er angenommen okay das ist schon mal schön nachdem ich bei ihm durchgelatscht bin militärisches Bündnis moderat auf 360 Jahre sehr schön Abkommen mit Clan Angrund 100 bringt mir das mit diplomatischen Beziehungen mit denen ja nice okay die lieben mich also auch es gut das ist jetzt sicher die Grünen heute auch du kommst in der Mitte ich sehe so ein Teil der Grün heute ich müsste sie jetzt auch sehen ich habe jetzt auch ein Bündnis mit Kark Angrund ein klarer Angrund nachdem wir schon mal 320 Armeen eine Großherder seine Embark oh hallo das sieht doch richtig cool aus was ich da unten sehe da sehe ich doch nochmal Spielwiese na gut ohne die blutige Hand hier noch die hat auch einiges Eigenschaft erhalten Eingang aus Eingewollen plus sieben Jahren ja gut das gerade wo er ist im Norden ja ah ok noch eine Runde des Panzer und Streitwagen da aber ich sehe jetzt auch wie Großteil das ist das ist schon echt schön das ist hier alles komplett abgedichtet das dachte ich sehr schön sehr schön ist das oh mein Imperator hat ein Level erreicht oei 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 fürs rumstehen das ist ja ein cooler Du ok ja weniger Verschleiß weniger Rekrutierungskosten ne der rekrutiert eh nicht oh ach auf jeden Fall geht er jetzt erstmal auf die Vampiren oh es ist inzwischen eine 19 Armee die Rebellen ja gut naja wie eine witzige Schlacht ich hab nicht ich hab keine guten Sachen also ich hab keinen Streitwagen ich hab auch keine Repetierschützen du hast aber fürstlich altdorfische Griff hinten Demi greifenritter Spezial und der hat halt ne Menge Creeps die wir irgendwie schön beschießen könnten der hat aber auch drei Varko vier Varko und ich hab keinen guten Fernkampf außer halt die drei andere Schützen ja aber ist das halt auch die Cruft Schreck und zweimal Varko ja gut wenn du sie nicht spielen willst da werden beziehungsweise die Verluste wieder schon automatischer ja das muss nicht sein ja das ist okay die ist okay ja wird ja die andere Armee in Arbein reingestellt kannst du ja den Ork noch weiter jagen zum Beispiel gut wenn ich da später lange gehe kann ich ihn rhetorisch auch angreifen ja ich hab ja da oben noch ne Armee mhm so Mittenha-Mittenland ja da wär auch nicht viel obwohl hier oben sieht's gar nicht mal so kacke aus mit ähm Wirtschaft aber naja bringt mir ja trotzdem nicht viel was machst du jetzt? Kuto Netto? Kuto 38 Netto 18 ok ich mach jetzt äh 43,4 und 13,7 ja ich hab inzwischen hab ich wieder 8 Armeen 8 Armeen heute ist auch nicht schlecht ach Gebäude müssen repariert werden im Modler ne das reparier ich doch nicht das ist eh gleich wieder kaputt aber mein Netto schrumpft dermaßen zusammen mit den Armeen die mich jetzt einfach die Einheiten 500 kosten weil die noch nicht das Level erreicht haben haha ich muss die einfach rekrutieren ich muss es dann auch ein bisschen hin und her tauschen oder so aber ich kann einfach nicht anders ich will die haben ich muss halt dann nur sehr schnell versuchen mit denen zu kämpfen dass sie halt sehr schnell Level 10 erreichen aber das ist ehrlich gesagt auch sehr schade dass ich das nur eigentlich ab Level 10 alles machen kann weil das ist so teuer selbst mit meinem gigantischen Netto was ich eigentlich habe kann ich mir jetzt maximal vielleicht 1-2 Armeen leisten die halt nicht das erreicht haben das Level Armee blockieren kritisches Scheitern gut dann ist mir das Wail ich habe aber was erforscht was mir nochmal Geld bringt sehr schön Forschungsrate plus 10% Einkommen aus der Industrie alle Regionen 5% das ist okay ja jetzt erforsche ich gleich das nächste macht wieder Regionen überregional für die Industrie plus 5% auch geil kommt zu von Karschner hat sogar Menschen in der Armee was? von Karschner hat sogar Menschen in der Armee ja der hat der hat äh ich weiß also so wie heißt der? ich hatte die auch das sind aber glaube ich so mittlere Truppen eher sylvanische Sperrkämpfer und sylvanische Armbruchsschützen die sind sehr ehrlich aber ich glaube das sind mittlere Einheiten die sind nicht wirklich bitter aber ich wundere mich gerade nur die Vampire haben Menschen dabei was will das? hm okay ich schicke jetzt seine Armee nach Essen ist doch schon mal unterwegs auf schnell marschieren dann sind wir da wer bist du? bist auch eine Armee oder? ja was können wir dir noch schönes tun? vielleicht erstmal Trebuchets zwei Stück müssen sein dann Pegasus Rütter ja geht auch wir brauchen noch normale Leute vielleicht sogar ein paar Speere ich hab sogar noch ein bisschen Kohlen über ist schon mal ganz anständig ach kommt jetzt tatsächlich nicht mehr so das geilste dazu in Sachen Infanterie es ist halt jetzt immer ein bisschen das Traurige wenn ich dir alles hin und ach komm scheiße da gibt es jetzt nur noch Kavalerie ich hab ja meine Kavalerie Rekrutierungsstätte und meine Infanterie Rekrutierungsstätte ist ja getrennt voreinander ja erstellen wir deine Armeen hier unten bei mir auf Lager ja ja mach ich aber gleich ich wollte dich nur so schnell wie möglich ja noch ranziehen nach Abahein so dass du es nicht vergisst so verschleicht tut weh das ist richtig ich hab dein Herz gesehen ich hab dein Herz gesehen aber das mach ich schon irgendwie ja dann hab ich sogar noch 8.000 über die ich irgendwie verbraten kann das ist ja herrlich jetzt noch einen Keller ein bisschen höher eine Mühle jetzt wird es schon spannender jetzt kann ich mir nichts mehr leisten so richtig doch da ein besseres Weberhaus sehr schön nochmal mehr Kohlen in 3 Runden muss sein so jetzt haben wir noch 3.000 wenn ich noch irgendwas rekrutiere wie kostet denn global sowas hier super richtig schöne Leute 2,6 ok perfekt dann werden wir uns hier tatsächlich nochmal ein bisschen was gönnen schön global rekrutieren ganz im Norden was echt abartig teuer ist aber es gehört halt dazu ich rekrutiere mich schön in Altdorf mach das so wo soll ich denn jetzt hin soll ich jetzt bei Avain bleiben ich könnte mit meinen 3 Armeen noch fortziehen ich weiß nicht wie du willst ja wo wollen wir hin wollen wir unten lang oder oben lang gute Frage ja ich kann hier erstmal nicht vollends laufen Spannung so weit ich stoße jetzt einfach mal vor sagen wir mal so ich glaube ich gehe sogar Richtung Festung Obersteier das müsste eigentlich gut funktionieren oh oh nein ich habe erst vergessen den Schnellmodus auszumachen das Schnelllauf jetzt kriege ich den im Nachhinein nicht mehr weg obwohl er eigentlich noch super weit laufen könnte jetzt laufe ich auf Prinzip ein bisschen zickzack bis es weg ist so das hat sich wenigstens gelohnt ist ja mal rumgekommen das passt noch ist immer noch jep naja wenigstens die ich verliere auch nicht so viel du müsstest jetzt eigentlich ja kriegst du auch minus 2 tatsächlich die sind alle drauf gefolgt dass die auch ja minus 2 das untersetzen die minus 2 prozent habe ich auch schon vorher na gut aber jetzt habe ich durch Charaktere 13 hm tja wie gesagt da sollte auch ein bisschen was da sein oh mein Leon Körer ist tatsächlich mal ein Levelchen gestiegen dem gebe ich auch ein bisschen was mehr gegen Vampir und Chaos Korruption dies braucht der oh ich habe eine Armee bei Titas Hafen vergessen oh was solls Rebellion steht vor Ostmark oh bei Bechhafen ja super wo ist denn Bechhafen ah ich weiß wo ok ich glaube die Dieters Hafen Armee die jetzt fertig ist ich glaube die ziehe ich da oben weg und die ziehe ich auch mit zu dir in den Osten da werde ich mit 2 Armeen unterwegs Richtung eigentlich so Bechhafen essen ja kannst du machen so meine Armeen Althoff ist fertig gut mein String und Wisdom sind yours ich bin mal gespannt mein du kannst ich in Althoff weiter kannst du doch auf die Armeen mit mir mitschicken dass wir mit dem 4er Pulch anfangen auszulatschen na gut ich mache mein Imperator auch noch da oben kannst du auch mitschicken das geht natürlich auch es wird schon schön oben werden aber es ist für die Orksachse oder wie es wird immer mehr immer mehr aber muss ja dann gehen die Orksachse ich weiß noch nicht wie ich das mache er kann es warten bis wir da bin ich will nicht erst auf diese große Armee das sind eh naja naja egal du kannst ja nicht reingucken was die haben das ist wie die Armee vom letzten Mal einfach die tausende Wild Orks naja ok das ist unspannend ja viel kann ich echt nicht machen ich glaub diese Heroes of Bretonnia das ist die teuerste und letzte Einheit von Radius die ich kriege die ich jetzt halt schon teilweise mit verbaut habe das ist doch schön ich glaub die sind sehr geil ich hoffe es jedenfalls ich hoffe es auch ich will die sehen so Becharfen jetzt auf jeden Fall in der nächsten Mal eine Rebellion nur jetzt hab ich da halt nichts mehr was warum ist denn da minus 20 Korruption minus 12 okay aufständlich ja kann man verstehen kann man verstehen ach Gebäude aber eh Motland interessiert mich nicht das kann ruhig kaputt sein komm schon die Zwerge jetzt stellt euch Zwerge militärisches Bündnis geil die Zwerge die wollen mir 2000 dafür geben ich frag nach 4000 und die wollen mir 3000 geben so cool sind die mit mir tatsächlich nicht leider ich bin der Freund der Zwerge ja ich ja auch mit klarem Angrund hab ich jetzt ja auch dasselbe wie du ne militärischer Zugang und militärisches Bündnis deswegen glaub ich mal die anderen Zwerge werden mich auf Dauer wahrscheinlich alleine deswegen auch spüren die beim Pier First müssen jetzt langsam Respekt kriegen ja der sollte langsam wissen jetzt gehts zu Ende mit ihm Menschen Bretonnia und Zwerge die können noch nichts mehr machen mhm naja er geht mit Agenten ran das war glaub ich gegen mich wenn ich das richtig gesehen hab oh was macht denn der jetzt nach oben hin irgendwie weg ne ja wo ist die Armee hin die ist verschwunden die ist nicht auf meinem Land Kislev militärischer Zugang den muss ich denn eigentlich geben sonst kommen sie nicht an die Vampire ran ja komm ja aber Kislev ist auch nicht super ey die sind cool mit mir die sind cool mit mir ok na gut das passt alles mit denen da kann ja immer die Rebellen hier angreifen das wär doch mal was bäuerliche Nöte hab ich bekommen ein Bauernlümmel beging eine schändliche Tat als er ein Adeligen von seinem Ross stieß offenbar als Rache für eine angebliche abschätzige Bemerkung über seine Sippe natürlich wurde er sofort gehängt ja klar und das sein verdient und auf das sein verdientes Ende anderen als Warnung gereiche nicht ebenso töricht zu handeln alles klärchen plus 8 Kontrolle alle Provinzen 15 Runden lang was mein kleiner Junge gehängt wurde ja keine Ahnung wirklich schon ja gut ich würde auch an dieser Stelle dir sagen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal